Norddeutscher Rundfunk 2021 Wenn ich den Supermarkt mit einem Wort beschreiben müsste... ...richtiger Hurensohnladen. Krass, einhöriger Kampf. Vielfältig. HIV. Moin, ich bin Titus und ich bin noch relativ neu hier. Bin gespannt, was zukommt. Ich geh grad noch über Schwänze und da kommt ein neuer Schwanz hier reingelaufen. Ey, wie heftig. Der hält keine drei Tage durch. Eigentlich gibt's nur eine wichtige Regel. Und die lautet, fick den Supermarkt, wo du nur kannst. Los, komm! Also da ist auch bei mir dann ein Schluss. Also als Ladendetektiv kannst du ihn völlig vergessen. Er ist nicht lebensfähig. Und go! Go, go! Dann kommen sie mal mit. Wer fällt mit so einem Ding rum, Ende? Richtiger Spasti. Und dann hat sie meine Hose ausgezogen und hat mir den Finger hinten in den Arsch gesteckt. Das ist schon schön. Nee, ich möchte nicht arbeiten. Das ist schon schön. Da ist schon ein incentive.